Der zweite Spieltag in der Landesklasse Ost steht auf dem Programm und ich darf Sie, liebe Zuschauer, ganz herzlich hier auf dem Sportplatz am Pöllnberg-Witton heißen. Ein ganz besonderer Bekommensgruß geht an unseren heutigen Gast, den Radeberger SV. Ich begrüße ganz herzlich Trainerteam und Mannschaft sowie Zuschauer aus Radeberg hier. Und er, ich kann ja wünschen, auch irgendwo im Ball. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier! 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 Vielen Dank. Geht los! 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 Geht los!